Das ist jetzt der Part 2. Elisa stellt mir Fragen und die werde ich natürlich ganz fleißig verantworten. Okay, dann haben wir die Frage, wem beschenkst du zu Weihnachten? Also, ich beschenke meine beste Freundin und ihren Freund, meine Schwester, meine Familie, die Familie meines Freundes und meinen Freund, auch die Elisa. Nein, ich habe nichts für die Elisa. Die bekommt einen kleinen Elf. Oh nein, ich habe aber gar nichts für dich. Oh Gottchen, Gottchen. Oh, ist das niedlich. Und sie mag kein Weihnachten. Nein, ich mag kein Weihnachten, aber ich mag herzliche Dinge. Oh Mann, okay. Weiter geht's. Brauchst an Weihnachten Schnee? Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung, weil der Schnee fehlt. Also, ja. Ich bin ganz glücklich, dass es nicht schneit. Ich müsste nämlich Schnee fegen. Wirklich, ich müsste den Schnee fegen. Weißt du, wie doof das ist, wenn du morgens aufstehst, die so... Scheiße. Ja. Und dann musst du jetzt mal diese ganze Straße fegen. Ich weiß. Ich kenn das nicht. Ja, aber wenigstens am Weihnachten. Wenigstens Heiligabend. Nein, damit ihr den Heiligabend ein hübschen ausgekleidet raus wie Schnee fegen darf. Okay. Also nicht. Also ich, ja, sie, nein. Gehst du gerne auf dem Weihnachtsmann? Ähm. Ja, wenn er nicht voll ist. Oh. Meine Meinung. Ja. Ey. Es ist wirklich Wahnsinn. Abends, wenn man von Arbeit geht oder so, man muss über ein Weihnachtsmann, weil es geht nicht anders. Du kommst nicht anders vorbei. Oder nachmittags ist ganz schlimm. Nachmittags, ja? Ja, da sind so viele Menschen. So viele Menschen. Samstags, nachmittags. Oh. Samstags kann ich mir vorstellen. Oh, so viele Menschen. Na ja. Aber nach deinen Tipps kann man ja auch auf... Ja, diese wundervollen Tipps. Magst du denn Weihnachtsmärkte? Oder gehst du gerne? Weil sie leer sind? Ja. Aber es war auch am Samstag, Weihnachtsmärkte bei mir in der Stadt. Ich hatte damit ausgeholfen. Und da wo ich war, war es natürlich irgendwie voll. Aber ich hatte halt meinen Raum, da wo ich sein konnte. Und man geht raus und so... Wo kommen die Menschen her? Wo kommen die Menschen her? Ich wollte eigentlich eine Runde drehen, nach Hause, nach Hause, nach Hause. Ja. Wann geht man da, wenn es frisch aufgebaut ist? Wann denn? Mittags? Ja, mittags. Da wo wir waren. Ja, wo wir uns getroffen haben. Das ist eine gute Zeit. Ja. In der Woche. In der Woche. Mittags. Genau. Dein schönstes und dein schlimmstes Weihnachtsgeschenk. Weihnachtsgeschenk. Also mein schönstes Weihnachtsgeschenk war wirklich mal, ähm, als Kind. Muss ich mich wirklich als Kind zurück erinnern an meine damals noch lebende Oma. Ja. Eine Babyborn. Die habe ich mir so sehr gewünscht. Ich habe sie bekommen. Und da habe ich mich so gefreut. Gott hab sie selig, meine Omi. Ja. Und mein schlimmstes Weihnachtsgeschenk war ein Streit mit meinem Exfreund. Oh. Das gab es zu Weihnachten. Das gab es zu Weihnachten, ja. Weihnachten. Also ich muss mal sagen, das Schlimmste für mich ist Seife. So eine Handseife. Wer schenkt denn Handseife? Meine Familie. Handseife. Handseife. Und das schönste war, äh, Saphir, nee, Smaraggrün. Das habe ich zu Weihnachten bekommen. Gästin Gert hat es ja immer geschafft, so ein Minimum ein Jahr zwischen ihren Büchern zu haben. Und ich habe mich so gefreut, als ich das Ding endlich in den Händen hatte. Im Sommer hätte es da sein müssen und im Winter hatte ich es. Oh, ich hätte was geheult. Wie verbringst du deine Weihnachtsfeiertage? Heiligabend werde ich verbringen mit meinem Freund. Ich werde ein schönes Abendessen kochen. Und dann kommt noch eine Freundin dazu, die ist auch mit. Und dann werden wir uns einen geselligen Abend machen. Also den ersten Weihnachtsfeiertag dann bei seinen Eltern. Und den zweiten bei meiner Familie. Weil meine Mama am 27. Geburtstag hat. Oh, ein Weihnachtskind. Ja. Genau. Und wie verbringst du deine Feiertagung? Also am Heiligabend bin ich bei meinem Vater. Der hat nämlich schon im Sommer angefragt, ob wir das verbringen. Und am 25. geht es dann zu meiner Oma. Also mit der mütterlichen Seite der Familie feiere ich dann. Und am 26. fahre ich zu den Eltern von meinem Freund. Mit meinem Freund. Ja. Und ich glaube, das waren schon die Fragen. Ja. Wir haben 10 Fragen. Rund um Weihnachten. Also. Ne, weil es ist dann einfach. Ich bin ins Center reingekommen, da wo ich arbeite. Und überall Weihnachten. Und ich so. So mein Scheiß. Und dann komme ich in den GameStop. Schaue mich um. Einen Weihnachtsaufsteller. Und dann bin ich so. Ist das Schick. Weil einfach alles normal geblieben ist. Dann hörst du Weihnachten. Höchstens die Gutscheinkarten waren Weihnachten. Aber dann hörst du kein Leben. Und der Aufsteller war auch eigentlich gar nicht mehr da gewesen. Hätte eigentlich nicht da sein müssen. Und keine Weihnachtsmusik. Und es war einfach traumhaft. Ja. Und jetzt stellt euch mal vor. Ihr läuft durch die Strafen. Es riecht nach Glühwein. Und Plätzchen. Überall leuchtet alles. Und alles ist beleuchtet. Alles ist toll weihnachtlich. Das ist toll. Und dann noch Schnee. Das ist toll. Weihnachten ist im Großen und Ganzen was Schönes. Ich brauche es nicht jedes Jahr. Das waren aber auch unsere Antworten zu dem Weihnachtstag. Und. Ja. Hier sind nochmal die Links von unten jeweils. zu unseren Körpern. Wir dazugehörig. Und. Schreibt in die Kommentare wie ihr das Zeug beantwortet hättet. Wie ihr Weihnachten findet. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich sage jetzt auch Tschüss. Und. Habt noch ein schönes Weihnachtsfest. Das es ruhig jedes Jahr wieder kommen kann. Hahaha. Tschüssi. Tschüssi. G área. Tschüssi. DerANDta Guiata. Untertitelung des ZDF, 2020